Hey Annelse, alles draußen und heute mal wieder ein bisschen Slander mit mir und Slandy, oh kann man echt Treppen hoch, das ist mal was Neues, ja was geht's hier eigentlich, man muss zwölf Teile einsammeln, Mementos, also Notizen glaube ich, und holy shit, ist das dunkel, ich will da oben genau grad die FPS sehen, wo die grad irgendwie ein bisschen variieren, au, oh, nice, aber naja, weiß ja nicht, ob ich mir so jetzt so fallen soll, dass man jetzt extra irgendwo Schlüssel gefunden muss, jetzt mach ich die fucking dunkel, wow, mach's dich wieder an ich weiß gar nicht wie die Mementos aussehen sollen, ob die wieder offensichtlich da liegen oder auch nicht ich guck erstmal hier irgendwo und, ich hab jetzt schon wieder keinen Bock irgendwie vom Slander erstreckt zu werden, grade weil es früher wieder so übelst verwinkelt ist hier oh mein Gott wieso hab ich überhaupt mit Slender spielen angefangen und wo zum Teufel ist so ne scheiß Memento-Dingens hallooo oh, ok seit wann sind Mementos Telefone ja, wieviel Schlüssel brauch ich denn noch, hoffentlich sind Universalschlüssel mh, da ist auch nicht mh, da ist auch nicht ich will den Weg schon mal einmal sehen und ich weiß, ob das denn noch genauso ausschaut hallo das ist kein Memento fack mal, wie dunkel ist die Scheiße oh mein Gott, ich kack mich doch gleich sowas von ein hier oh mein Gott, einfach durchwaschen komm her, komm her, komm her komm her oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott verschiedenes Zeug, das geht aber gar nicht ok, ein Schlüssel komm her, Sander, komm her komm her wo bist du noch, b***h ich will kill you first nicht wirklich hallo Oh Slender slender ok, das geht wieder ist auch scheiße Der ist noch gruseliger gemacht Jetzt mit seinen schwulen Händen da Oh mein Gott Was muss man denn noch so langsam laufen hier Ja komm Oh kein Sechschild Noch ein Schlüssel Noch ein Schlüssel Jetzt denkt man das ist für die andere Tür Die wir irgendwo irgendwo gesehen haben Oh Jetzt hab ich mir so erschreckt Dass es auf einmal weg war das Bild Diese Scheiß Bitch Verwieser muss jetzt 12 Teile einsammeln Das ist doch noch Schwieriger Oh Donner fick dich Fick dich Donner Leck mich doch an Sack Und irgendwie Und so weiter Ich glaub du Arschloch kannst mir gar nichts brah Du bist nur Gottes Kack und so weiter Oh 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 Jetzt hat er auch noch diese Arme Nee Ist ja noch gruseliger Okay Okay ich glaub hier Ein paar Runden Okay ich geh mal wieder zurück Oh Oh I don't care Just run Oh 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 Ist denn noch Ist denn noch Ist denn noch Weg Oren Komm doch her du Fuso Junge Äh Wo denn Da oben Hacker 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 Kann machen wir noch ne Runde Oder Machen wir mal gucken Eine Round schaffen wir bestimmt noch Aber irgendwie Ist das bis jetzt der schlechteste Slender Sind zwar schöne Erneuerungen da aber Naja Es soll zum alten Slender zurück Naja So So Hier ist ja die Background-Story für der Slesenwald So So Aha Machen Machen Ich glaub sowieso vergessen zu sagen wie Mapper ist Aber jetzt wisst ihr es Aber jetzt wisst ihr es Ich stand erstmal drauf Okay Erstmal hier links durch Ist das hier was Nein Auch nicht Was hier was Ist das hier Jetzt haben wir schon mal alles gut Okay Hier war die andere Tür oder Okay Hier war die andere Tür oder Okay Gehen wir gleich mal hier rein Mal wo also Mal schauen Ich muss mal was es hier so gibt Was was anderes Die Slender dürfen mich eigentlich noch nicht verfolgen, das war eigentlich nur ein Stab. Das dürfte was sein, oder? Ja. War ja auch abzuwarten. Ah, Schlüssel. Da war ich ja auch schon. Oh. Oh, wen haben wir hier? Wen kenne ich davon? Äh. Gar keinen. Aber den kenne ich ganz gut. Aber den kenne ich ganz gut. Wo ist denn lieber nicht wirklich? Da ist bestimmt auch was. Jawohl. Slender. Slender. Okay, wo war ich jetzt noch nicht? Oh, ja genau. Ich frage mich wie er das schlemmen will. So Slender kommt schon wieder um die Ecke und killt mich hier. Okay, hier ist der Ausgang. Ich denke mal vier Dinger hier in diesem Bereich dürften genug sein. Wo ist der denn so langsam laufen? Wo ist der denn so langsam laufen? Oh, ja genau. Jungs ist es so dunkel? Oh, ja genau. Oh. Ok, die muss ich jetzt verabschieden können, für mich, dass man hier wieder ruhig aufheben kann. Ist doch cool! Kann ich mich jetzt in den Schrank aufheben oder so? Ist das hier irgendwas? Wow! Ich weiß nicht, ob der Slender mir irgendwie in die Hand reicht oder so. Ja, das ist doch schon was. Ich hätte mich hören müssen. Ich kann gar nicht reden. Ich glaube, wir müssen nach oben. Aber der Slender ist hinter mir. Oho! 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 Das war schon 10.000 Mal. Ich raste hier gleich ein. Oho! 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 Das ist ein Krach BARE. Oho da! Oha, die Krach. Ah! Oho. Oh neeeeee, das ist kein Gummiseng. Marm, 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 Marm. Fshh, fuck, 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 fuck. Hallo, was kommt das, was ich hier? Ja, das muss ich gar nicht erlauben Okay, irgendwie kann ich im Kreis Jetzt weiß ich mir nicht sicher, ob das ein Slender-Geräusch war oder nicht Wow, du hast noch schön weg von mir, du Bitch Sag mal, ich muss es doch mindestens zwei, drei Gegenstände noch geben 9 von 12, wieso kann es jetzt das normale Spiel sein, hätte ich schon gewonnen Gibt es hier denn nichts, vielleicht das Teil hier Wie war ich schon, also Slender, Slender ist wieder weg, oder? Eiboll Heißlender Was weiß was? Nice, 10 Eins muss bestimmt hier noch irgendwo sein, vielleicht ist es die Badewanne Ach ne Oder hier, oder hier Oder im Klo Naja Okay, wo war ich jetzt noch nicht? Slender Und dann hier, na klar Ähm War ich schon Slender, hi Okay Ähm Ja Jetzt muss ich auch noch rauskommen Wo geht das Umwerk? Oder einmal können wir hier noch drüben hier irgendwo Ja Vielleicht das Teil hier Und das hier Egal, noch mal eine Ehrenrunde Hm So, jetzt kriegt ihr mich hier unten bestimmt wieder Wo denn? Haha Also Naja, was soll man eigentlich machen? Man zieht hier nirgendwo und auf einmal fängt er dich Ja, ich hoffe es hat euch gefallen War auf jeden Fall sehr lange jetzt Und ich denke es war erfolgreich Also bis zum nächsten Video Bye